Hey, willkommen zurück zu Warcraft 1. Wir sind hier gerade in den Todesminen und möchten gerade Sir Anduin Lothar retten. Der ist hier irgendwie verschollen gegangen. Im Warcraft-Universum der größte Kämpferheld aller Zeiten. Und wie gesagt, wir sehen uns auch noch später nochmal in Warcraft 2 wieder. Aber erst dann braucht er unsere Hilfe. Und nachdem wir nun eine schöne weltliche Gegend hatten und gemeine Sümpfe, haben wir hier dieses Sanchen-Layout. Lass mich raus. Sieht voll cool aus. Naja, durch das wir durch müssen. Und die Mission hier ist für die Menschen wesentlich einfacher, weil wir können uns hier schön Zeit lassen und können uns vor allem immer wieder heilen. Und dass wir uns heilen können, ist echt gut. Alte Schrelogie. Wir schicken einen los zum Erkunden. Und wenn wir den Gegner finden, rennen wir schnell wieder zurück. Früher habe ich immer schon den hier gemacht. Habe ihn hier losgeschickt, habe den gemacht, habe gewartet, bis ich hier was Rotes auf der Minimap sehe. Und wir haben hier einen Ogre. Die können schon ganz schön hart zuhauen. Aber nicht so hart, wenn wir hier schnell wieder zurückkehren. Und dann rücken wir halt hier ein bisschen vor. So habe ich das früher gemacht. Nachdem ich die ersten Male... Oh. Nachdem ich die ersten Male irgendwie immer Probleme hatte bei dem Level. Und jede Einheit, die wir verlieren, macht natürlich einen großen Unterschied. Indem wie viele weitere Einheiten wir verlieren werden. Ja, ich erwarte hier nicht nur Roger. Sondern auch gemeine Schleimse. Gab es die hier nicht auch? Ja, mein Lord. Ja. Ja, mein Lord. Ja, mein Lord. Ja. Ja, mein Lord. Ja. Ja, mein Lord. Ja. Ich suche. Wer suchet, der findet, aber... Nö, 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 hier ist eine Sackgasse. Ich meine, auch gut zu wissen. Wurdest du gehauen? Heile, heile. Ja, mein Lord. Ja, mein Lord. Ja, mein Lord. Oho. Voll der kleine Zugang hier. Ja, mein Lord. Ja, mein Lord. Schleift die immer schön alle mit. Ja, mein Lord. Ja. Ja, dann sieht man mal, wie viel er wirklich aushält und wie viel er austeilen kann. Der Frühsoldat hat hart einstecken müssen. Dafür, dass sie noch zwei weitere mitgeholfen haben beim draufschießen. Oder drei oder vier. Keine Ahnung, habt nicht gezählt. Ja, mein Lord. Ja, mein Lord. Ja, mein Lord. Ja. Nein. 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 Nö. Er wollte nicht. Ich hab ihm dreimal gesagt, er soll weggehen. Aber er war so stursinnig. Ja. Das ist schlecht. Ja. Gerade die Fernkämpfer sollten eigentlich nicht sterben. Ja, mein Lord. Was ist denn mit dir verkehrt? Na, du machst das schon. Hallo? Nein. Nein. Ich weiß immer mal, was die für eine Reichweite da haben. Gibt's hier noch mehr? Offensichtlich ja. Wie schaut's hier aus? Oh. Oh, oh, oh. Das sieht gut aus. Das sieht aus wie da, wo ich sein möchte. Oh. Oh, na gut, er ist gegen die Mauer gelaufen. Das war selbstverschulden. Kann ich nichts dafür. Ey. Was geht ab? Ich vermisse die Schleimse, lieber Zuschauer. Warum gibt's hier keine Schleimse? Finde ich nicht okay. Okay. Überall nur Ogre. Fette, hässliche Ogre. Yes, 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 my Lord. Sind sie da durch? Ja. Yes, 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 my Lord. So, sehr schön. Und die ganzen Heilerinos. Yes, my Lord. Okay. Habe ich bisher einen, äh, Armbrustschützer und einen Fußsoldaten verloren, ne? Yes, 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 my Lord. Alles okay. Yes, my Lord. Yes, my Lord. Gibt noch was? Ich meine, es sieht immer ganz cool aus, ne? Geht's mir so. Yes, 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 my Lord. Keine Ahnung warum. Aber Fässer gefallen mir. Yes, yes, my Lord. Yes, yes, my Lord. Yes, my Lord. Yes, yes, my Lord. Schade, dass man sie nicht einsammeln kann und bekommt dann keine Ahnung. Yes, yes, my Lord. Ich will sie einsammeln. Yes, my Lord. Ja, nö. Nur weitere Sackgasten. Das ist okay. Yes, my Lord. Yes, my Lord. Gibt es hier weitere Gegner? Yes, my Lord. Yes, my Lord. Yes, my Lord. Yes, my Lord. Nicht auf die Schnelle auf jeden Fall. Yes, my Lord. Ich hoffe, es kommt keiner. Yes. Bis wir uns wieder neu formiert haben. Yes, 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 my Lord. Yes, my Lord. Your wills are. Yes, my Lord. Yes, my Lord. My leave. Yes, your bidding. Yes, my Lord. Yes, my Lord. Oh, die hängen fest. Yes, my Lord. 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 My leave. Yes, yes. Wunderschön. Guck sie dir an die Formation. Da kann man doch ordentlich vorrücken, nicht wahr? Yes, yes, my Lord. Yes, yes, my Lord. Yes, yes, my Lord. Ich mach das mal so. Yes, my Lord. Yes, my Lord. Yes, my Lord. Yes, my Lord. Das sieht gut aus. Yes, yes. Yes, my Lord. Yes, my Lord. Ich sehe hier nur blutige Leichen. Yes, yes, my Lord. Yes, my Lord. Yes, yes, my Lord. Yes, my Lord. Yes, my Lord. Yes, my Lord. Mach ich erst mal meinen Freund dicht. Yes, yes, my Lord. So. Merkt man schon, dass ich YouTuber bin. Ich hab keine Freunde. Keine Ahnung, wie das funktioniert. Yes, my Lord. Ich mach hier nur Let's Plays. Yes, yes, my Lord. Es ist einfach nur nichts los. Yes, 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 my Lord. Yes, 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 my Lord. Hm. Yes, my Lord. Ich weiß nicht so recht, wo lang. Yes, my Lord. Yes. Geht's da oben lang? Oder geht's hier lang? Your will, Sire? Ich kann natürlich beide Richtungen gleichzeitig machen, aber es birgt immer die Gefahr, dass ich nicht schnell genug bin. Yes. Okay. Er hat nur einen schönen Sackgasse hier. Yes, my Lord. Yes. Yes. You're guessing, my Lord. Yes. Komm her. Und hier. Yes, my Lord. Warte erst mal, bis die alle wieder da sind. Yes. Yes. Geht doch schneller, als ich dachte, hier die Todesminen. Ich meine, wir haben auch hier die höchste Geschwindigkeitsstufe. Aber wir haben bisher auch wirklich wenig verloren. Yes. Ich finde es gut, sowas. Yes, my Lord. Yes, my Lord. Yes, 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 my Lord. Yes. Mit der geilen Warcraft 1 Musik, die ist einfach nur cool. Yes, my Lord. Yes, my Lord. Yes. Yes. Ich freue mich immer wieder. Ich kam damals auf Diskette und CD raus. Yes. Yes. Yes, my Lord. Yes. Yes, 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 my Lord. Yes, my Lord. Wenn es ihm schlecht genug geht. Schöner roter Teppich in der Todesmine. Todesmine ist auch einfach so ein lebensbejahender Begriff, oder? Da will man einfach arbeiten. Als Minenkumpel. Als Arbeitsplatz ist einfach Todesminen einfach attraktiv. Ja, wenn die dreimal zuhören können, die Ogre. Das spürt man. Nein. Ja, stellen wir mal vor, wie wären jetzt die Orks? Die Orks können nicht heilen. Das heißt, jedes Mal, wenn ein Ogre uns haut, dann ist Pech. Außerdem unterlassen sie keinen Korpus, keinen Sklel, dass sie wiederbeleben können. Die Ogre selbst. Deswegen habe ich gesagt gehabt, die Menschen sind leichter. Und für den Einstieg ist das nicht so das Schlechteste. Erstmal wieder reinkommen, nicht wahr? Ähm, Lothar? Bist du hier irgendwo? Mäuschen, Mäuschen, piep einmal. Ja, mein Lord. Ja. Ja, ja. Ja, mein Lord. Ja. Ja, mein Lord. Ja. Aber die sterben natürlich noch viel schneller als unsere Fußsoldaten. Ja, mein Lieber. Ja, mein Lord. Ja, mein Lord. Einnehmen, weil das effektiv ist. Ja, ja, mein Lord. Ja, 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 mein Lord. Wunderbar. Da. Ja. Ja, ja, mein Lord. 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 die wand durchgeschossen total fair ja ich weiß nicht ob es dir auffällt aber die bogenschützen sind wirklich die die den damage rausbringen die fußsoldaten sind wirklich nur dafür da um einzustecken manchmal hauen sie auch ein kleines bisschen zu aber eigentlich ist ihre aufgabe hey freunde wie geht es scheinbar nicht so gut pepeln wir sind mal wieder auf geil so ein bisschen bisschen zu schnell gewesen ich hätte sie gerne das angeklickt wenn sie noch da rumliegen um zu gucken was sie sind ach ja hier sieht man es lothar ja verwundete heißen die dann genau die türen gab es auch noch die kann man auch kaputt machen hey freunde jetzt die haben gar nicht reagiert die waren wahrscheinlich gerade am verwundet sein haben noch nicht zu uns gehört wie heilig aus prinzip wie geht es mich recht in der sinne hat er auch echt übelst krasse stadt also angriff und verteidigung und hp und alles drum und dran ist er wohl wirklich ziemlich gut ja unsere aufgabe ist nicht nur ihn zu finden und auch zurückzubringen und wir haben den vorteil dass wir bereits alles erkundet haben und hier kann nichts mehr spornen oder irgendwas das heißt ich kann den kerl einfach nehmen und kann ihm sagen geh nach hause ich kann natürlich nicht einfach zum ausgang klicken ne ne der verläuft sich nur sieht doch voll cool aus ne kann ich ihn irgendwie abwählen schau nur ich hätte ihn eigentlich mal angreifen lassen müssen so vollsoldat komm mal her ja du schaffst es ich glaube an dich sehr gut ich kenne ihn seine angreifsanimation gar nicht wir holen uns mal schnell einen sparring partner testen mal ganz fix wie stark der eigentlich ist die animation sieht voll doof aus aber gut gut zu wissen als kind hatte ich es manchmal so gemacht gehabt dass ich halt diese seitenstraßen ignoriert habe weil auch egal und habe dann den lothar auch zurückgeschickt alleine und dann kamen von hier rechts irgendwie zwei ogern und habe ihn platt gehauen und dann habe ich hier stunden in der todesmine zugebracht weil die ogern den lothar kaputt gehauen haben habe ihn platt gemacht und wahrscheinlich gegessen keine ahnung ob ogern sowas machen ich würde es ihnen zutrauen ah hier diese wunderschönen pfeile die gehen hier total ab ja bitteschön kontinue ja 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 das sind sie wirklich hier nochmal unsere schöne schatzkammer sehr sehr schön hat mir schon lange gedauert das zu animieren damals ging das ja nicht so einfach die forest of elwyn is a strategic key to securing the borderlands an outpost near the southeast edge of the forest will serve as your stronghold the king has assigned one of his knights to age you so that your task of reading the area of black hands dark minions may be more readily completed ja black hand einer der äh der og kriegs kriegsherrn ich weiß gar nicht was wirklich so heißt so äh äh mein dad hat mich gerade angerufen gehabt und jetzt bin ich raus wie lange ich das schon aufnehme ich glaube ich spiele jetzt noch irgendwie ein paar minuten und dann mache ich kurze pause ja jedenfalls black hand einer der der orkischen kommandeure äh wo ist meine mine gib mir meine mine ein bisschen gold bitte ähm okay dann erstmal verteidigung hier warte verteidigung okay und dann erkunde ich hier wo meine mine ist keine mine dann erntet bitte Holz meine lieben Beute my yes my lord holz ernten yes my lord sagt man das überhaupt yes da oben äh yes yes my lord ich hoffe man die ist abgesperrt rundherum ja gut yes dann geht's ja noch your command yes yes my lord schau doch wie ich hier geminmext habe mit dem Holz Wahnsinn ja kann ich das irgendwie hier schlau machen yes your bidding yes ich hätte gerne dass die Gegner meine Einheiten angreifen und nicht meine äh ja meine Arbeiter yes ha 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 wusste der Ohr kurz nicht was er machen soll ja unsere Ritter sind natürlich geile Einheiten die halten wesentlich mehr aus sie können wesentlich besser austeilen und sie sind wirklich schnell yes my lord die schnellsten Einheiten die wir haben können im Warcraft 1 Universum kann man sogar noch upgraden mit mehr mehr Geschwindigkeitsupgrades yes ich erkunde nochmal ganz kurz ein kleines Stückchen um herauszufinden yes wann sie angreifen yes 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 my lord yes my lord sie sind ja echt gut geschützt im Wald erinnert mich ein bisschen an Age of Empires 2 yes my lord an die dunkle dunkler Wald Settings die sind auch mal so ein bisschen so das Gegendstück zu unseren Rittern das Gegendstück zu unseren Rittern na klar und du kommst hinten dran jetzt rennst du wieder weg na sicher komm mal her yes there are enemies near me there are enemies near me your will sire yes 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 ich hätte gern eine farm da muss ich mal schauen wie ich hier weitermache den stelle ich einfach hier irgendwo ab der soll nie sterben yes 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 my lord yes ja okay hier habe ich nochmal einen Zugang ich nochmal eine Mine ist ja aha okay dann hey ich bräuchte ich würde dich hier mal ein bisschen abholzen einer hier und einer da glaube ich geht die müssen so weit die ganze Reihe hier wegnehmen können und dann hätte ich gerne ein bisschen weiter vorne eine Kaserne wunderschön oh nicht verklickt hatte ich nicht noch einen Bogenschützen da könnte von da jemand kommen bestimmt aber die Frage ob sie das auch wirklich machen ja 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 ich höre die versuchen hier schon ein bisschen in die Richtung zu gehen die Orks die alten Doofköpfe ich weiß gar nicht genau was du vorhast komm her nein ich war zu langsam ich hoffe ich kann ihn davon abhalten hier das das Bett zu beschwören ich hätte gerne Lambemmel zu zweit schon wieder hier an einem Baum ganz toll liebe Leute wie ihr das macht die lassen uns nicht in Ruhe okay okay du bitte mehr Gold ja schon oder es geht doch ganz gut oder können wir hier die Wegstermine frei machen wie viel ist hier eigentlich drin mehr als genug aber wenn wir die Abkürzung nehmen können machen wir das natürlich auch genau ich hätte gerne kann ich noch nicht schau wir haben zwei neue Gebäude einmal die Schmiede und einmal die Stelle Fragezeichen ich glaube es heißt dann Stelle ja gut die machen alle das Richtige und dann fange ich immer an die Leute darunter zu schicken ja deine Wille ja ich glaube auch früher als Kind habe ich immer außen rum geschickt weil ich doof bin aber heute mache ich das nicht mehr so wir haben genug von allem außer von dir lieber Zuschauer von dir habe ich nie genug ich brauche noch mehr Straße und dann eine schöne Kirche und dann werde ich hier mit Höchstgeschwindigkeit erstmal unsere Einheiten heilen ich war zu langsam ich hätte ihn retten können oh der hat der hat schon die Heiland-Zauber äh erforscht von da rein kann das sein das wäre natürlich ziemlich cool warte mal ganz kurz ich hätte gerne gleich mal eine Schmiede wenn ich eine Schmiede bauen kann möchte ich eine Schmiede bauen ja du kannst gleich heilen hey Kavush geil gib mir mehr davon ich bin einfach zu arm lieber Zuschauer wie im wirklichen Leben ja schau nur wir können hier Schwert und Schild verbessern das überrascht uns jetzt nicht wirklich so und ich kann ein paar Ställe bauen wunderschön sieht's aus du mein Freund ernte mal ein bisschen mehr Holz ein kleines bisschen brauchen wir ja trotzdem für Bogenschützen zum Beispiel so heilen heilen na also geil da geht's uns doch wieder richtig gut schau nur ja hier kann ich schnellere Pferde äh züchten was ganz cool ist gab's die eigentlich in Warcraft 2 noch? ne ne in Warcraft 2 wurden die ersetzt durch die durch die Ogre aber in Warcraft 3 gab's die Raider wieder Guck mal was Raider auf Deutsch sind äh äh Plünderer oder? stopp du hast keine Magie kannst du machen was du willst Idiot ja wir können jedenfalls Ritter bauen die kosten echt sehr viel mehr ok wir können sie nicht bauen aber das ist ok guck mal sieht's aus wie in der Stadt cool oder? ach wunderschön das freut mich äh fahrsiehen 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 ist fernsehen ist wie in Warcraft 3 auch der der fahrsieher das war auch der fernseher ja wir haben hier eine Hellsicht und können eine Hellsicht hin was ganz cool ist klar schnellere Pferde und härter zuhauen obwohl eigentlich das Defense Upgrade besser ist einfach nur weil das auch unsere Bogenschützen bekommen und sogar unsere unsere Arbeiter hier bekommen das glaube ich woher habe ich diese ungerade Zahl ich habe doch nichts repariert Deo Grazias hä? Stefan verwirrt Deo Grazias naja es war so klar was früher später passiert nein ich bin ja auch nicht so schön angelockt wie ich die Prophezeiung ja wie ich die Prophezeiung vorausgesehen hat also meine Prophezeiung die Prophezeiung ja mein Gott ja 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 hab ich überhaupt noch welche mein ja mein ja ja Ich habe noch gesagt, sie haben eine bestimmte Prioritätsreihenfolge. Und hier haben wir sie schmerzlich zu spüren bekommen. Heilen? Ähm, heilen. Danke. Und da oben? Gibt es hier unten noch so viel? Ein bisschen. Welche davon, welche davon, ein bisschen was hiervon. Ich könnte aber einfach ein paar Ritter bauen und nur damit angreifen. Das klingt doch gut. Ja, so schnell ging es. Ist was von uns draufgegangen. Ganz hopp, die Pflop. Ihr erntet alle fleißig. Jawohl. Ich fange schon mal an, welche nach oben zu schicken. Weil die Miete hier unten hält ja nicht mehr lange. So. Na gut, das Ding ist offensichtlich hier im Weg. Ernte ich das einfach weg. Ja, Schwerter und Schilder, die kosten natürlich ordentlich Geld. Wie das so ist im Leben. Ich glaube, ich nehme doch hier das eine Upgrade mit. Und den Rest lasse ich. Der Rest ist mir zu teuer. Und dann hoffe ich mal, dass einfach vier Ritter und vier Bogenschützen ausreichen. Viel mehr ist immer schwierig zu kontrollieren. Der Klärer kann hinterher rennen. Die beiden können hinterher rennen. Das mit den schnelleren Pferden ist echt ein komisches Upgrade. Es gibt ja Spiele, wo das absolut Sinn macht. Wo Bewegungsgeschwindigkeit der absolute König ist. Warquiv 3 zum Beispiel. Aber hier. Nein, nein, du musst das weg ernten, mein Freund. Das stört. So. Sucht euch mal einen Weg. Das sind aber viele. Tun wir das hin. Naja, mehr schlecht als recht, würde ich sagen. Nein, fluchtartige Flucht. Ich glaube, wir haben relativ wenig verloren dafür, dass es überraschend viele Gegner waren plötzlich. Drücke ich jetzt schon vor? Ach ja, komm. Ich bin wirklich zum Vorrücken. Und du bist gut auf... Nein. Zurück. Rückzug, nicht vorrücken. Nein. Was ist hier los? Kann ich noch ein bisschen heilen? Yes, was ist los? Plötzlich Unmengen von Gegnern. Was das soll? Voll unhöflich. Nein, das war der falsche. Mein Herr, mein Herr, mein Herr. Ja. Denen geht's gut. Können wir so machen. Ja, mein Herr. Defense Upgrade. Mein Herr. Da freuen sich alle drüber. Bis auf die Claripa. Die kriegen keins. Ich glaube, die haben bessere Schilder. Die auch. Die nicht. Okay. Ja, mein Herr, mein Herr, mein Herr, die bekommen doch nicht. Doch, ich glaube, das sieht man noch nicht. Ich bin mir sicher, dass sogar die Gebäude das Schild Upgrade bekommen. Warum? Keine Ahnung. Aber ich bin mir ziemlich sicher. Das geht hierbei das Gold aus, ne? Gibt's da schon mal irgendwo eine abgelegte Mine? Aber erstmal geht's uns in der Beziehung nicht so gut. Ja, mein Herr, mein Herr, mein Herr. Ja, mein Herr. Plötzlich tausend Gegner hier. Vor allem die ganzen Sperrwerfer. Da waren wirklich viele. Ja, klar, da müsst ihr auch mal heilen hier. Schwapp. Oh, da ist ganz schön viel Magier übrig. Heilen, heilen. Wunderschönstes. Ist hier nicht auch irgendwo noch der Gegner dann? Fragte er. Und plötzlich kam der Gegner. Nein, der Ops, der stirbt. Da kann ich nichts machen. Aber sieht mal, wie viele die Ritter aushalten im Vergleich zum Flusssoldaten. Schreckt wieder einer davon. Vielleicht mal einen nachbauen. Der ist aber schon schnell oben. Mein Herr, ja, dein Bidding, ja, mein Liege, ja, mein Herr, ja, 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 ja. Ja, mein Herr, ja, 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 Hey, nein, nein, nein. Ich habe hier meine linke Hand auf A, H und M. Super bequem. Ja, da habe ich gerechnet. Ich glaube man kann übrigens nicht einfach zwischen Holz und Gold wechseln. Wir müssen das Holz erst zu Haus abliefern. Bevor wir Gold ernten dürfen. Sieht voll komisch aus, wie der grün Stich von den Gebäuden. Sie geht da nicht so richtig hin, ne? Ist das hier so? Oder vielleicht ist es auch durch die Straße, das bestimmt. Dass die Straße irgendwie so ein dunkles Grün produziert. Naja, sieht in dem Fall seltsam aus. Ähm, hallo, lieber Necromant. Bäms, bäms. Vorrensack. Oh, oh, oh. Stehen direkt vor der Haustür. Ja, nein, noch nicht. Nein, ich bin noch nicht bereit. Da ist, glaube ich, nicht viel zu machen. Ich glaube, einen habe ich gerettet, kann das sein? Mit meiner schnellen Heilerei. Yes, 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 my lord. Dann stelle ich die Hervor hier in die Mitte. Dann freuen sie sich. Das ist halt auch echt praktisch im Vergleich zu Dune 2. Da haben sie die Gebäude nicht automatisch angegriffen. Das war mal ein Mist. Ich meine, die geben sich ja auch nicht super viel Mühe. Aber wenn wir neben einem stehen, dann schießen sie wenigstens drauf oder schlagen drauf. Aber bei Dune 2 war es furchtbar. Ah ja, ihr Hauptgebäude. Und ein Tempel. Da kommen die Mikromanten her. Wunderschön machen sie es. Schau nur. Brauchen wir mal eine neue Farm. Das ist immer ganz praktisch, weil die Pions, die Tagelöhner, die rennen dann halt hier rein. Und wenn ich sie auf dem Weg zerstöre, dann kommt der Nächste und rennt da rein. Und so verstecken sie sich nicht irgendwo, wenn ihr Hauptgebäude weg ist. Sondern rennen immer um unsere Arme hinein. So. Ich würde mal sagen, das war ziemlich erfolgreich. Diese Kinder der Unterwelt sind kein Spiel für ein Azeroth-Steuer. Ganz genau. So sieht es aus. Schau nur. Wir haben einfach Kind. Hey, warum hat der Gegner mehr geerntet? Was ist da los? Die in seiner Goldmine sind bestimmt eine Million Gold. Und wir haben mittlerweile schon zwei Minen leer gemint. Aber es rief ganz gut, oder? Ich meine, wir haben trotzdem einige Einheiten verloren. Aber so im Großen und Ganzen kann man das schon machen. Hätte ich nicht gedacht. Hehehe.